Ein strahlendes Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, respektive zu einem neuen Video. Ich grüße dich. Schön, dass du dieses Video dir anschießt, respektive die Podcast-Folge dir anhörst. Hier, was bekommst du in diesem Video? Drei falsche Weisheiten übers Verkaufen, was drei falsche Weisheiten sind und wie sie wahrgenommen werden da draußen. Die Leitsätze, die höhere Abschlussquote versprechen, gibt es viele. Und viel zu häufig gibt diese These dennoch veraltete Einstellungen aus der Praxis wieder. So dass sie den Erfolg mehr schaden als nutzen. Folgende Aussage sollten Verkäufer, respektive Verkäuferinnen, besser kritisch hinterfragen. Zum Verkäufer muss man geboren sein. Das ist die erste falsche Weisheit und die falsche Aussage im Verkauf. Und ich höre das immer und immer wieder. Ich bin zum Verkäufer oder Verkäuferin doch geboren, weil ich doch gut reden kann. Ja, nein, diese Ausfrage ist falsch. Warum ist die falsch? Du wirst nicht zum Verkäufer oder Verkäuferin geboren. Verkaufen ist Handwerkzeug. Verkaufen muss erlernt werden, Step by Step. Von Bedarfsanalyse bis die Abschlussfrage. Musst du dieses Verkauf lernen? Also wirst du nicht als Verkäufer geboren. Auch wenn du reden kannst, bist du noch kein Verkäufer. Also ist die Aussage zum Verkäufer, wirst du geboren, falsch. Du wirst nicht zum Verkäufer geboren. Du wirst zum Verkäufer gemacht, indem du das Handwerkszeug richtig lernst. Die zweite falsche Weisheit über das Verkaufen, das Produkt ist tot. Es lebe der Verkäufer bzw. Verkäuferin, ist auch wieder falsch. Das Produkt ist nie tot. Das Produkt war noch nie tot. Oder die Dienstleistung war noch nie tot. Was tot war und ist, sind die Verkäufer und die Verkäuferin, die ihre Produkte oder Dienstleistung nicht gut verkaufen können oder nicht gut vermarkten können. Deshalb ist diese Aussage auch falsch. Und last but least, die dritte falsche Weisheit über das Verkaufen. Verkaufen will, also wer verkaufen will, muss lügen können. Really? Really? Wirklich? Wer verkaufen will, muss lügen können. Das stimmt doch gar nicht. Verkaufen ist von Mensch zu Mensch. Und da musst du keinen Menschen anlügen, um deine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen zu können. Du musst es ethisch korrekt verkaufen und nicht den Menschen anzulügen. Was das mit den Leitsätzen zu tun hat, genau in diesen Leitsätzen ist quasi auch der Fehler drin. Diese Leitsätze sind veraltet. Ich mag und mochte keine Leitsätze und mag sie immer noch nicht. Auch wenn jetzt andere sagen, Leitsätze im Verkauf oder im Vertrieb sind wichtig bei einer Akquise. Eben nicht. Weil dein Kunde ist individuell. Und jeder Kunde braucht eine individuelle Ansprache. Was hat er für ein Bedürfnis? Was hat er für eine Herausforderung? Da kannst du keine standardgemäßen Leitsätze formen. Genau. Das war auch das Ende. Und wenn du quasi wissen willst, wie man richtig verkaufen lernen kann und du es auch möchtest, dann schau mal in der Beschreibung. Dort kannst du jetzt ein 1 zu 1 Gespräch mit mir vereinbaren. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dein Michael